Sie sind hier 11. Januar 2019, 8.55 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern die Zukunft von Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster ist weiter offen, Urheberrecht gett die Images, der Vertrag von Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster läuft zum Saisonende aus. Stefan Leil hat sich für einen Verbleib des Österreichers ausgesprochen. Skisprung aus Stefan Leil, 27, wünscht sich nach den Erfolgserlebnissen bei der Vierschanzentournee eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Bundestrainer Werner Schuster. Ein möglicher Abgang des 49-Jährigen wäre, sehr, sehr schade, weil er ein super Trainer ist, sagte Leil dem Sportvarser, er hat uns informiert, dass er und der DSV in konstruktiven Gesprächen sind, fügte Leil an, der in der Gesamtwertung der Tournee Dritter hinter seinem Teamkameraden Markus Eisenbichler wurde. Noch besser als die beiden Deutschen war nur der japanische Überflieger Ryu Uyuko Bayashi. Leil betonte, dass er bei der Jagd nach Bestleistungen auf Schusters Tipps vertraut. Noch vor der WM in Seefeld, 19. Februar bis 3. März soll die wichtigste Personalie bei den DSV Adlern geklärt werden, angeblich mit offenem Ausgang. Zuletzt mehrten sich die Zeichen, dass der Österreicher Schuster in seine Heimat zurückkehrt. Schuster ist seit 2008 deutscher Bundestrainer, er hat einen Vertrag mit dem DSV bis Saisonende von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017